Was hast du heute auf der Straße gesehen? Straßenkünstler interessieren mich immer. Alle meine Freunde spielten Basketball. Spielst du gerne Klavier? Ich spiele jeden Abend zu Hause. Ich arbeite einmal pro Woche. Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Ja, das sieht man in jedem Werk. Ja, das sieht man in jedem Werk. Wohneinheit? Wohneinheit? Welche Farbe findest du schöner? Welche Farbe findest du schöner? Ich liebe Blau sehr. Ich liebe Blau sehr. Ich liebe Blau, aber meine Tochter liebt Rosa. Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Welche Tiere magst du? Welche Tiere magst du? Ich finde Haustiere wie Hunde und Katzen sehr süß. Ich finde Haustiere wie Hunde und Katzen sehr süß. Vögel sind ein besonderes Interesse von mir. Vögel sind ein besonderes Interesse von mir. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Ja, ich arbeite morgen nicht. Ja, ich arbeite morgen nicht. Nein, ich muss zur Schule. Nein, ich muss zur Schule. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Liegt das Kaffee in der Nähe des Stadtzentrums? Ja, es liegt in der Nähe des Stadtzentrums. Ja, es liegt in der Nähe des Stadtzentrums. Es ist ein bisschen weit. Man muss mit dem Auto fahren. Es ist ein bisschen weit. Man muss mit dem Auto fahren. Sollen wir einmal ein Match spielen? Sollen wir einmal ein Match spielen? Ich bin so müde, dass ich kein Match spielen kann. Lasst uns gleich loslegen. Lasst uns gleich loslegen. Ist ihr Sitz bequem? Ist ihr Sitz bequem? Ja, es ist sehr bequem. Ja, es ist sehr bequem. Nein, der Sitz ist kaputt. Nein, der Sitz ist kaputt. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Ich werde heute nicht gehen. Ich werde heute nicht gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Was für ein Mann ist Michael? Was für ein Mann ist Michael? Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Ich bin ein Bauingenieur. Ich bin ein Bauingenieur. Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Das Café Lisa in Texim ist sehr gut. Das Café Lisa in Texim ist sehr gut. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Wie viele Sprachen sprichst du? Wie viele Sprachen sprichst du? Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann nur Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. Was haben sie heute vor? Was haben sie heute vor? Ich werde heute ein Picknick machen. Ich werde heute ein Picknick machen. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Welche Art von Buch haben sie gerne gelesen? Welche Art von Buch haben sie gerne gelesen? Ich lese gerne Abenteuerbücher. Ich lese gerne Abenteuerbücher. Geschichtsbücher interessieren mich. Geschichtsbücher interessieren mich. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Haben sie Schulden? Haben sie Schulden? Ich schulde der Bank Geld. Ich schulde der Bank Geld. Ich habe keine Schulden. Ich habe keine Schulden. Weißt du, wie man fährt? Weißt du, wie man fährt? Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit 5 Jahren Auto. Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit 5 Jahren Auto. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Gegen welche Lebensmittel sind sie allergisch? Gegen welche Lebensmittel sind sie allergisch? Ich bin einfach allergisch gegen Milch. Ich bin einfach allergisch gegen Milch. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ich habe nur drei ältere Brüder. Ich habe nur drei ältere Brüder. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. Wie viele Jahre spielst du schon Fußball? Wie viele Jahre spielst du schon Fußball? Ich spiele seit drei Jahren. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe noch nie gespielt. Wie ist er? Wie ist er? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Bieten die Kellner einen schnellen Service? Ja, der Service ist recht schnell. Der Service ist etwas langsam. Der Service ist etwas langsam. Wie hast du Ball gespielt? Früher habe ich sehr gut Ball gespielt. Früher habe ich sehr gut Ball gespielt. Ich habe mit meinen Freunden Ball gespielt. Ich habe mit meinen Freunden Ball gespielt. Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Ich habe meine Englischnotizen gemacht. Ich habe meine Englischnotizen gemacht. Das Notizbuch meines Sohnes Das Notizbuch meines Sohnes Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat seine Mathe Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Ich komme zehn Minuten zu spät. Ich komme zehn Minuten zu spät. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Was kostet diese Hose? Was kostet diese Hose? 23 Dollar 23 Dollar Wie ist der Fortschritt des Projekts? Wie ist der Fortschritt des Projekts? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Er kam am Morgen. Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Ja, ich habe es zweimal gesehen. Ja, ich habe es zweimal gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pasta sehr. Ich liebe Pasta sehr. Ich mag Fast Food. Ich mag Fast Food. Wie war gestern das Wetter? Wie war gestern das Wetter? Das Wetter war gestern sehr schön. Das Wetter war gestern sehr schön. Gestern war es sehr regnerisch. Gestern war es sehr regnerisch. Werden ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Werden ihre Kollegen zu ihrer Hochzeit kommen? Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Ja, zehn meiner Freunde werden kommen. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Ich schätze, sie werden nicht kommen können. Organisieren sie besondere Veranstaltungen? Organisieren sie besondere Veranstaltungen? Wir haben keine Pläne für besondere Veranstaltungen. Wir haben keine Pläne für besondere Veranstaltungen. Wo lernt ihr Kind? Wo lernt ihr Kind? Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen. Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen. Er studiert an dieser Schule. Er studiert an dieser Schule. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Mein Auto Mein Auto Nicht unseres Nicht unseres Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Welche Kunstzweige mögen Sie? Welche Kunstzweige mögen Sie? Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich arbeite an Skulpturenkunst. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Wer kam zur Schule? Wer kam zur Schule? Der Minister für Nationale Bildung kam. Der Minister für Nationale Bildung kam. Mein alter Lehrer kam. Mein alter Lehrer kam. Wer kam mit dem Flugzeug? Wer kam mit dem Flugzeug? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Nur ich kam. Nur ich kam. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Ich bin noch nicht zu spät. Ich bin noch nicht zu spät.